Gibt es hier nirgends so Gras, ein bisschen zu Gras zu essen? Wie sich das anhört, Gras zu essen. Nicht für mich Leute, für unser Pferd. Muss mal schauen, hier sind keine Leute mehr. Los, zurück zur Basis mit euch. Das ist nicht gut, weil die fressen die dann auf. Und wenn man dann Leute verliert, dann gerät man in Rückstand und das ist nicht gut. Jede Attacke wird nämlich stärker von Tag zu Tag. Und das ist natürlich nicht schön. Ah, jetzt habe ich zwei verloren, egal. So, nein, 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 zurück mit dir. So, und es ist natürlich auch gut, wenn man nicht die ganze Wildnis hier kaputt macht, denn dann gibt es keine Rehe mehr, ne? Was macht er denn, hat er total Schiss bekommen hier? Na ja, egal. Schauen wir mal auch zur Basis, denn irgendwie... Was macht er denn? Hat er auch Schiss? Ah, hört ihr diese Musik? Das bedeutet, glaube ich, das bedeutet, glaube ich, dass wir gleich einen roten Mond haben. Muss mal schauen. Ich habe zwei Münzen. Hier gibt es nichts. So, Nummer zwei. Machen wir noch einen Farmer hier. Ein paar... Nein, 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 nein. Bogen. Drei. Was hast du tolles für uns? Dankeschön, mein Freund. Machen wir noch einen Bauarbeiter. So, und das hier machen wir, glaube ich, etwas höher jetzt. Falls wir es schaffen sollten, denn wir haben jetzt roten Mond, also einen blutigen Mond. Und das bedeutet, Leute, dass wir angegriffen werden von einer großen Welle von Monstern. Oh, oh, da kommen die schon. Oh, war das knapp. War das das schon? Ja, das war, glaube ich, die erste Welle. Das war es, glaube ich, schon. Boah, ich hatte... Ich hatte jetzt so einen großen Fehler gemacht, denn... Wenn das so ist, haben wir überhaupt keinen Schutz. Aber wir haben überlebt, zum Glück. Zum Glück. Ja. Wir müssen ein paar Leute rekrutieren gehen. Also... Waren denn hier zwei Lager mit Leuten? Irgendwie bin ich jetzt confused, verwirrt. Ich weiß nicht, wo das Lager mit den Leuten war. Das ist, glaube ich, drei Lager. So, der nächste Tag ist angebrochen. Und nach einem blutigen Mond werden wir, glaube ich, die nächste Nacht nicht angegriffen. Das ist nämlich gut. Können wir ein bisschen regenerieren. Und das bedeutet auch, dass wir jetzt hier sehr weit zurück können, also weit vorrücken können. Denn wenn wir nicht angegriffen werden, dann besteht auch keine Gefahr, dass unsere neueren Rekruten sterben. So, kommt doch bitte. Dankeschön. Also, allzu weit will ich hier nicht. Denn wenn wir zu nah rangehen, dann kommen trotzdem Monster raus. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, bis die ankommen, das dauert noch ein paar Jahre. Aber, ja. Rehe sind wichtiger jetzt. Ich brauche Geld. Gold. Hier an diesen Punkten, hier können wir immer so eine Farm bauen. Und das ist natürlich viel zu weit weg. Und ich möchte das auch nicht links bauen, denn... Ach komm, kann doch nicht wahr sein jetzt. Komm, 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 komm. Was macht der denn? Verdammt. Egal. Denn wenn wir das zu weit weg bauen und auch links bauen, besteht immer die Gefahr, dass unsere Farmleute angegriffen werden. Und das möchten wir natürlich nicht, ne? Oh, diese Leute, die sind ja gerannt. Also, beim normalen Kingdom sind die Leute nie gerannt. Haben die wohl jetzt verbessert? Weil das ist echt lästig, wenn die so weit weg sind. Man kommt gar nicht dazu. Also, sobald es tagsüber, also Tag ist und man da hinten hinläuft, ist es schon wieder Nacht. Und die Leute sind dann nie gerannt, so wie die jetzt hier vorne. Und die Monster haben die dann immer geschnappt. Das hatte irgendwie gar keinen Sinn. Naja, jetzt geht's zum Glück. Zum Glück. Tod. Danke. Gibt's hier noch was? Habt ihr irgendwas gefunden, Leute? Ja, das könnten wir auch ausbauen. Aber ich brauche ein bisschen mehr Geld. Ah, guck mal hier. Den können wir auch bezahlen. Für Steuern, glaube ich. Für die Bürger. Der sammelt das Geld auf. Oder nicht? Doch. Da. Seht ihr? Der gibt uns dann mehr Geld zurück. Also, ich bräuchte ein bisschen Geld, Leute. Vielleicht hier, unser Getreidemann. Nichts. Na los. Schade. Da. Endlich. Endlich. Ein bisschen Geld. Juhu. So. Müssen wir weiter nach rechts mal schauen. Hier gibt's noch was. Können wir denn hier noch eine Farm bauen? Irgendwo. Da. Da. Aber vorher ist noch nicht. Müssen wir das hier machen. Und das hier. Moment. Aber das können wir noch nicht. Müssen die erstmal hier hin. Ja, sollen die mal machen, denn wir brauchen noch eine weitere Farm da. Damit wir noch mehr Geld bekommen können. schauen wir mal, ob wir angegriffen werden. Da. Die laufen auch schon da hin. Danke, Freunde. Sehr lieb von euch. Bogen haben wir auch. Oh, schaut mal hier, Geld. Wow. Das ist aber viel, ne? Die haben aber viel gejagt. Können wir direkt ausbauen hier. Tada. Und das hier auch. Und ich glaub einen Katapult machen wir auch. Wir werden ja nicht angegriffen diese Nacht. Ja, jetzt werden die einen Katapult bauen. Das ist umso besser. Willst du auch noch ein bisschen Geld? Wie viel willst du denn? Ja. Gib dir mal so viel. Und vielleicht gibt er mir ja irgendwie mehr Geld. Irgendwann. Bogen haben wir genug. Zwei. Wir brauchen neue Leute. Hast du immer noch nichts, Freund? Zumal schneller fahren. Danke, danke. Wohin, Leute? Ich will hier weiterbauen. Ich will weiterbauen. Ja, das hier nämlich. Hier können wir eine Farm bauen. Oh, ich kann jetzt nicht mehr reiten. Schnell reiten. Habe ich ein bisschen zu oft gedrückt. Ja, neue Leute ist nicht schlecht. Bitte kommt. Danke. Danke. Ich glaube, hier ist schon das Ende, oder? Nee. So, wegweise. Hier die Map können wir auch noch holen. Danke. Jetzt haben wir eine Map. Wenn ich jetzt Escape drücke, können wir eine Map sehen. Da unten nämlich. Aber macht keinen Sinn, weil wir können sowieso nichts erkennen. Auch wenn ich es euch zeige. Das werden wir noch früh genug erfahren. Nein, 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 nein. Zurück mit dir. Ach, Mano. Ja, diese Rehe sind halt nicht kontrollierbar. Die machen, was die wollen. Man sollte immer, sobald man das Pferd zum ersten Mal schnaufen hört, aufhören zu, schnell zu reiten. Denn dann dauert es eine ganze Weile, bis man wieder schnell reiten kann. Und das ist ziemlich nervig. So, wieso ist denn doch kein Bauer da? Ach komm, was machst du denn jetzt? Wieso ist denn doch kein Bauarbeiter da? Verstehe ich nicht. Komm, geh doch zurück. Was ist denn, Alter? Kann doch nicht wahr sein, oder? Ja, der will mich doch jetzt verkackeiern. Naja, egal. Ich muss jetzt mal zurück zur Burg. Denn, 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 denn. Ich glaube, wir werden gleich angegriffen. Ich verstehe nicht. Wieso? Wurden unsere Bauarbeiter alle getötet, oder was ist los hier? Geld, gib uns unser Geld. Ah, da, da kommt ja einer. Endlich. Danke. So, ich muss mal schauen. Hast du vielleicht etwas Geld für uns? Nein, noch nicht. Was soll das denn? Dauert ja lange. Ah, hier ist noch ein Farmer. Wo will der denn hin? Will der auch hier farmen? Können zwei Leute hier farmen, glaube ich, ne? Ich denke schon. Dann geht's schneller. Ja. So, gehen wir mal zurück. Ist irgendwelches Geld, das ihr mir geben wollt? Oh, ich höre da was. 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 Ähm. Ja. Aber wo ist denn unser Katapult, bitte? Komisch. Können wir noch nicht bauen, oder was? Was sind denn unsere Bauarbeiter? Ah, egal. Boah, guck mal hier, Geld. Geld, ich werde reich. Ja, können wir direkt ausbauen. Tada. Danke. So, jetzt können wir auch, äh, Krieger bauen, also Soldaten. Und dann können wir die Portale angreifen. Nur, das machen wir vorerst noch nicht. Das lohnt sich, glaube ich, noch nicht. Können wir das denn hier stärker machen? Ah. Hier, das müssen wir nämlich auch bauen, damit wir jetzt einen Katapult machen. Habe ich vergessen. Hat dich total vergessen. Machen wir das mal höher. So hoch es geht. Da, seht ihr, jetzt bauen die einen Katapult hier. Endlich. Endlich, endlich, endlich. Das soll aber bitte hinter die Mauer, ne? So, wir brauchen mehr Rekruten. Wir brauchen immer mehr Leute, sonst wird das hier nix. Ähm, haben wir genug Bogen? Ja, Bogen haben wir genug. Davon bräuchten wir noch einen. So, bitte gib mir was. Bitte gib mir was. Ja, zwei. Und wie viel gibst du mir? Nix. Warum? Manu. Habt ihr was? Ja, guck mal hier, der hat das gefunden. Danke, danke, meine Freunde. Guck mal hier, der hat auch was. Danke. Boah, jede Menge. Danke, 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 danke. Jede Menge Geld. So, ich glaube, hier können wir jetzt wieder was bauen. Genau, können wir. Einmal. Und beim Rückweg, wenn das fertig gebaut ist, wir gehen mal noch ein paar Leute holen, machen wir das auch stärker. Also vergrößen wir das, damit auch zwei Leute arbeiten können. Hey Leute, wollt ihr für mich arbeiten? Dann kommt bitte. Einmal. Zweimal. Ich brauche eure Unterstützung. Und ihr bekommt auch was zum Essen und auch ein warmes Bett. So, gleich ist wieder Nacht. Die Nacht angebrochen. Und das soll aber, bis die kommen. Wo war das denn? Ja. Bisschen Gras essen. Ja, iss mal. Is mal was. Oh. Gold. Habt ihr auch noch was? Oh, danke. Danke, danke, danke. Oh, die fahren aber langsam hier. Mann. So, ich glaube, ich brauche noch einen. Ja. Ich brauche zwei. Dankeschön. Ey, wieso ist denn... Oh, nehm, ich werde zwar scheißern. Kann doch nicht wahr sein. Wieso ist das denn nicht dahinter? Wieso ist das denn nicht dahinter? Muss ich noch eine Mauer bauen? Ja, scheint so. Guck mal, jetzt haben die sogar Masken. Und mit den Masken, das bedeutet, dass die halt mehr Schaden verkraften können. Also einstecken können. So, das war's. Aber ich glaube, wir müssen hier noch eine Mauer bauen irgendwie. Weil, wieso ist das denn nicht hinter der Mauer? Verstehe ich gerade nicht. Ja, mach ich mal. Das hier kaputt. So. Danke. Können wir denn jetzt hier bauen oder nicht? Warum können wir denn hier nichts bauen? Verstehe ich nicht. Tut mir leid, meine Böhmchen. Da, da jetzt können wir. Jetzt können wir, glaube ich, hier bauen. So, einmal hier bitte. Und hier. So, jetzt geht das nämlich. Jetzt haben wir aber drei Bauarbeiter da oben. Ja. Hier können wir auch eine Farm bauen. Aber ich brauche mehr Leute zum Rekrutieren. Ich wage es einfach. Ich hoffe, ich komme da rechtzeitig an. Die rennen ja auch nur, wann die wollen, diese Typen hier. Ja. Muss ich kurz rennen und immer wieder Pause machen. Hier gibt es auch kein Gras, leider. Sobald das Pferdchen Gras ist, hat es wieder Power, um zu rennen. Da, die, 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 die da. Ah, guck mal, da ist ein Typ. Bitte komm, ich brauche deine Verstärkung. Und du auch. Danke. So. Bitte sputet euch aber. Noch haben wir Tag, aber, ja. Ich hoffe, die schaffen das. Ja, gehe ich mal zurück. Ja, das wird sehr knapp. Ich weiß nicht, ob die das schaffen. Bis wieder Nacht wird. Wir müssen aber rennen, die Typen. Wenn die nicht rennen, dann wird das nichts. Ja, ich gehe aber jetzt zurück. Ich muss mal die Mauer, die neue Mauer, die ich gebaut habe, muss ich etwas stärker machen, denn ja, wenn ich angegriffen werde, dann war es das nämlich. So, schaue ich mal kurz. Oh, gleich hier die Sonde unter. Schneller, Leute, ihr müsst schneller sein. Boah, ich schnell. Einmal hier. Einmal da. Schneller bauen, Leute, schneller. Ich glaube, meine Rekruten schaffen das nicht. Außer die rennen jetzt. Ah, da, da, da. Die kommen, tatsächlich. Ja, kommt. Ich brauche euch, Freunde. Ich brauche euch. So, das machen wir nochmal schneller. Stark, denn. Ich glaube, es ist jetzt gleich Vollmond, oder? Also, blutiger Vollmond. Und das bedeutet nichts Gutes. Schneller bauen, bitte. Schneller bauen, bitte. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich hoffe, ich schaffe das. Ne, ist ein normaler Vollmond. Ja, heute noch. Komm, 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 komm. Schnell, bau. Oh, oh, verdammt. Oh, oh, verdammt. Hab ich doch gesagt. Verdammter Mist, Scheiß. Ach. Meine ganzen Bürger, Mist. Hab ich zu spät angefangen. Komm, stirb doch. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt treffen die die nicht. Ach, verdammt. Wie viele Bürger hab ich jetzt verloren? Oh, sind die alle tot, oder was? Oh, kann doch nicht wahr sein. Ja, ich würde mal sagen, das ist schon ein kleines Game Over, ne? Mhm. Oh, Tag 10. Oh, sogar ein Vollmond. Ja, wieso nicht, ne? Ja, die Katastrophe. Das ist echt eine Katastrophe jetzt. Ja, ja, ja. Ah, ne, hier. Da sind die doch alle, oder? So, schau, ich brauche mal hier ein paar. Eins, zwei, drei. Das hier. Und, bogen schützen. Und, ganz wichtig, bogen schützen. Ja, ich hab kein Geld mehr. Bitte gib mir Geld. Danke. So, habt ihr was für mich, bitte? Ich will Geld. Ja, danke. Danke, 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 danke. .